Was geht ab und willkommen bei meinem Video. Ich habe einen fiesen Trick Leute und wollte den mal bei ein paar Leuten aus meiner Familie probieren, gucken ob sie drauf reinfallen und ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Kommt mal mit Leute. Das ist ein paar Minuten, das ist ein paar Minuten. So, Freunde, das ist ein paar Minuten. Ich habe dich gesagt, ich habe dich gesagt. Mein alter glas ist kaputt so leute jetzt ist meine mama dran Hallo Hallo Marroni Hallo Wie ist denn Marroni? Hey, Sieh, ich habe eine Säbe und Leute. Was geht? Was ist denn? Ich habe eine Säbe und Leute. Säbe und Leute. So, ein Moment. Oh, wie ist die Luft? Die Luft ist so schlecht. So, Freunde, jetzt machen wir das Ganze mit meiner Mutter, sie rafft gerade nichts. Mal gucken, wie das wird. Jungs, das ist auch ein Koppik. Ein Koppik, bei der Höhe. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du Scheiße. Und dir? Leute, Leute. Leute, ihr seid immer noch nicht gegrafft, was sie machen. Das machen wir das Ganze nochmal. Das ist gut. 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 Bet äh? Deineine Mutter. Mein Name ist ein Wort. Er ist ein Wort, was ich damit wie geht's mir. Nun ist es ein Wort. Nun ist es ein Wort. Sein Wort ist es ein Wort. Es ist eine Wort. Es ist eine Wort, meine Frau. Wir sind eine Wort. Es ist ein Wort. Sie haben das Fleisch schönes. Aber du kannst das Fleisch ein 쉬ischer Schraben schauen. Du kannst den Leipzig schreiben. Du kannst ihn auf die Schraben machen. Geben, geben. Geben, Geben oder Geben? Geben, Geben. Geben, Geben gehen. Geile, ich kann nicht mehr... So Freunde, jetzt sind wir bei meinem Cousin und meine Schwester und so waren auch noch hier. Gott sei Dank. Und was geht ab? Nix. Was geht? So Leute, jetzt machen wir das Ganze mit meiner Schwester auch noch. Und... Und dann? So Leute, was geht ab? Sie lachen. Und das ist zu wenig, um das zu viel. So Freunde, jetzt geht's los, würde ich sagen, das lege ich mal hier hin, die Beine so, mach deine Hand so. Mama. 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 Du musst aufpassen, ne? So Freunde, beide Gläser sitzen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß, Freunde. Wieso mich verarschen? Nein! Nein! Ich geh gleich auf, ich bring dich um. Geh mal weg! Yusuf! Mach mal weg! Yusuf! Hiratsch! Ich muss dich verarschen! Hallo, ich geh jetzt arbeiten. Ich hab keinen Zeit. Hiratsch! Mach mal weg! Ja, wirklich! Yusuf, mach mal die Gläser! Lass mal da hin! Oh, Juki, du verdirmer, Alter. Check. Ich geh mal wieder, Mama. Check. Check auf uns ab! So Freunde, was geht ab? Als letztes haben wir hier meinen Bruder. So, Shia, mal gucken, ob du das hinbekommst. Und der letzte Versuch, Freunde. Mach deine Hände so. Schau nacheinander. Pass auf, ne? Sie schrochen mit meinen Händen, oder? So, steht beides? Für den Griff, oder? Hey, hör auf! Hör auf! Ich bin am Hache machen. Hör auf damit. Hör auf, ich hab viel zu tun. Lass mal das Scheiße. Hör auf! Hey, 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 Gläser! Hey, Lübech! Hey, Lübech! Hey, Lübech! Oh Gott! Geil, Alter, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock auf einen zweiten Teil davon habt, dann schreibt es doch in den Kommentar rein. Dann mache ich das gerne noch einmal. Also, Freunde, wie gesagt, wenn ihr einen zweiten Teil davon sehen wollt, dann... Oha! Ja, ist doch in den Schatz! Aah! Oha! Ja, Lübech, dass ich gefrenzt. Psst, psst, psst! Psst, psst, psst! Jaaaaa! Wenn ihr Bock auf einen Teil 2 habt, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder bei meinem Video wieder! Lass mal! Okay, guck euch das rein, ey. Ein Mensch war da wirklich erschreckt. Der Erschreckt sich, ey! Komm mal ab, Gute. Komm mal. Fahre jetzt. Also, wie gesagt, bin jetzt mit der Zeit und der ... Jungen, das war nicht gemacht, fahre ich. Fahre ich. Fahre ich.